Auch ein wandelndes Gute-Laune-Meme, dieser Jürgen. Ja, das stimmt. Boah, ist das ein guter Aufschlag. Ja, ein bisschen was muss passieren. Der reicht nicht gegen Nils. Schön angespielt auf zwei. Starke Lesen von Georg. Geht weiter. Ach, Nils, ey, beeindruckend. Bagger Tennis eine Runde. Schlechter Kontakt von Peter. Boah, ist das ein krasser Ballwechsel. Wieder kurz, weiter geht's für den Bagger Tennis. Peter will unbedingt auf zwei. Oh, das guckt mich das an. Und der ist dicht. Geht immer noch weiter. Und Nils oben drüber mit einer Kuhle. Wow, Bremen. Und Peter zeigt einfach nur einen Daumen auf der anderen Seite. Geiler Ballwechsel.